Menschen... Ich lieg mal am Flugzeug hier. Kindenplatz! Für Timmy. Überlebenshandbuch. Brauche ich ja gleich nicht mehr. Erstmal, ich mach die Kamera erstmal aus. Ich sitz aber sonst immer links. Ich möchte links sitzen. Hallo? Bestürzen ab! Wo schreit er denn so? Warte, ist da mir jetzt alles normal. Wart? Ey wenn wir Kommentare schreiben, ich bin nicht immer geheim. Hallo, ich bin auch eigentlich live. Wieso schreibt ihr da rein? Der Bunchy wurde von Kinan abgezogen. Okay. Bei Fortnite. Was erwartest du denn? Alle werden abgezogen bei Fortnite. Oh, was steht denn da? Das ist ein nackter Mann. Ey, sag mal. Was? Wieso nimmt da die Kinder mit? Ich hab hier auch noch zwei Kinder. Nicht, ich hab auch noch zwei. Ich hab auch noch eins abzugeben, genau. Ich muss dir gleich mal ein Dings ausmachen. Ja, warte mal. Er ist schon hier am Essen. Guck mal, der frisst schon alles weg da. Ey, wie denn? Spind der? Der sagt noch mal Toast. Oh, ich muss mal meine Maus wieder langsamer stellen. Aber ich spiele das auf 200 DPI. Kannst du dir das vorstellen? Das ist immer noch schnell. Ey, geh mal hier an die Seite. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Weg da, weg da. Was ist denn für einer? Hallo, Locke. Du hast eine Afro-Tolle. Ey, ich hab Tennisball. Ey, jetzt komm mal raus hier. Hau mal. Halt doch deinen Tennisball. Was ist denn da? Der steht da im Weg rum. Ja, lass mich ruhig da. Ich hab jetzt ne Haare. Lass mich da jetzt. Hier hab ich keine Haare. Doch. Warte. Hab ich etwa keine Haare? Was ist da los? Im echten Leben? Wahre. So. Also ihr könnt da drin im Flugzeug machen, was ihr wollt. Lasst die Koffer aber für mich alle. Danke. Ey, was wird so? Über ein Haus. Mir ist kalt. Ey, ihr ist warm. Hallo, hier scheint die Sonne. Ja, irgendwo raus weiß ich auch nicht. Ah, was haben wir denn? Ich will mich umziehen. Guck mal, ich hab die alte, ähm, die Frau kaputt geschlagen. Jetzt hab ich das, die Sachen von der an. Guck mal. Komm mal, Mucke. Guck mal, jetzt seh ich total geil aus. So eine alte Stewardess. Ha, ha, ha. Oh mein Gott, das kennt noch was. Ja, ganz toll. Super. Hupsa, hupsa. Ist Muckel auch live oder nur Potato? Nein, nur Potato. Nein, nur ich. Muckel streamt nicht mehr. Ich streamt nicht mehr. Ich streamt das im Alter raus. Ja. Streamt das Sandu auch? Wo denn? Nein, ich streamt nicht. Du streamst nicht? Ich nehm aber auf. Ach so. Ach so. Ja, deswegen Rücksichtnahme bitte auf mich. Danke. Wieso Rücksichtnahme? Ach, was soll man nicht spoilern? Okay, da halte ich die Mutter. Ja. Oh, hier Pilze lecker. Oh, guck mal. Oh, lecker. Alles einsammeln hier jetzt. Distanziere mich schon mal von der, von der, äh. Was denn? Erziehergängergruppe da hinten. Guck mal, was sie leben. Ja, geh mal vor. Tschüss. Ich hab Erdbeeren gegessen. Mir ist so schlecht. Ist das normal? Ja. Wir sollten mal irgendwie gucken, dass wir jetzt irgendwo einen sicheren Platz kriegen und Bäume anfangen zu fällen. Ja. Oh, guck mal. Die spricht schon wieder. Die Chefin ist wieder da. Ja, ja. Guck mal, ich hab, ich hab einen Vogel getötet. Ich hab einen Vogel hier drin. Ha, ha, ha. Ich bin ein Held. Hm, vom Schützenfeld vielleicht. Ja, ja. Ja, so einen kleinen Spatz hab ich gehackt. Lurch! Und deswegen ist das so ruhig bei dir, oder was? Lurch auf Ass. Komm her, du. Sehr ruhig heute, echt. Hm, sehr angenehm. Ja. Das Game ist super. Danke eigentlich. Hab's doch mit einem Ball. Was soll ich denn mit dem Ball? Was seid ihr denn? Bild ist etwas dunkel? Echt? Jetzt ist er... Oh, danke. Der Punchy wieder. Gerne. Sollen wir mal hier runter irgendwie gucken, dass wir zum Wasser kommen? Ja. Ich hab hier... Hier ist Wasser. Ich muss erst mal hier sammeln. Sammeln, sammeln. Oh, hier ist schon mal Wasser. Das ist schon mal ein guter Fleck dann. Dann können wir... Ähm, warum seh ich euch nicht? Das ist scheiße. Echt? Wieso siehst du uns nicht? Doch, du siehst doch den Namen. Namen siehst du doch, Mucke. Ah, da. Boah, aber siehst du schlecht. Ja, dann musst du Brille aufsetzen. Dann bitte pute du seine. Der braucht ja seine gar nicht. Du bist ja schon wieder am ADW, Mucke. Nee, ich wollte zum Wasser. Hier oben ist doch Wasser. Guck mal. Ja, hier oben ist doch... Was ist denn mit dem Teig hier? Den willst du wohl nicht, oder was? Da unten. Da unten ist doch viel besser. Guck mal. Ihr müsst mal schwimmen gehen, sonst kriegt ihr eine Infektion von dem Blut da, was ihr am Körper habt, ne? Ja, ich geh mal schwimmen. Ach so, ja. Schwimm, schwimm, schwimm. Dann kriegen wir das Wasser. Schwimm, schwimm. Guck mal, ich habe eine Seeschlange. Wie eine Seeschlange. Warte mal, ich muss mal eben Pullern hier auch. Oh ne, da geht es ganz tief runter. Das habe ich nicht. Die geschlicken, wie eine Schlange auf dem Boden rumgekrochen. Ja, in der Sonne springe ich sie nicht. Mit einem Schuss. Kleiner Kacker, du. Jetzt haben wir schon mal alles ein hier, ne? Ja, Mucke sucht jetzt einen Spot für uns, wo wir bauen können. Ja. Ja, ich bin zwar hier unten. Ich habe schon genug Steine. Ja, Mucke, ich komme mal zu dir, okay? Ich möchte meine eigene Zimmer haben. Bleib bei der Mucke, mein Lieber, Waldo. Ich glaube, Blaubeeren. Ich bleibe bei der Mucke, dann stirbt die wieder. Was? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Da unten? Der hier hat ein Wasser. Der oben ist ja auch Wasser. Nein, das ist ja auch Wasser. Das ist ja auch Wasser. Hier ist das Flugzeug, vielleicht springt das ja wieder an. Und du gehst wieder woanders hin. Hallo. Mein Gott, wie oft muss man denn hier die Bäume kloppen? Mucke, du musst aber auch dran denken, dass die Häuser hier hinstellbar sein müssen. Die sind ziemlich groß. Baum fällt. Ja, stimmt. Ich glaube nicht, dass das hier passt, Mucke. Ich glaube nicht. Nee, dann lass uns lieber hier oben. Wo war denn da? Ich habe vor, es ist dunkel. Da fällt jemand in das Riesenloch. Alter, gucke mal. Da können wir eine Salman runterbauen. Ich habe einen dicken Stamm in der Hand. Wo seid ihr denn? Da unten. Also das geht jetzt hier nicht. Wir müssen einen anderen Spot suchen. Wo ist ein Potato? Ja, ja. Ich lauf hier her. Ist das hier oben? Nein, nein, nein. Müssen wir einen anderen Spot suchen? Nein, nein. Hier kommen wir auch. Ja, genau. Hier ist mal doof hier. Ja, Mucke, wie soll man denn da bauen, bitte? Ich schmeiß Baumstörme runter. Moment. Wir brauchen was, 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 wo, wo, wo eben ist und rauber ist. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin fix und alle. Ja, wie gebraucht. Immer. Voll. Wie immer. Ey, wie soll das heißen schon wieder? Da, wo Potato schon wieder rumhängt, kannst du auch vergessen. Guck mal, da unten ist alles schön. Da oben können wir bauen. Da oben auf dem Hügel. Meinst du, da oben? Ja. Ich komme. Ja. Ich komme auch gleich. Ich nehme mir jetzt schon mal so ein paar kleine Bäumchen und Blätter und so. Ja, Konki, der schleppt schon Baumstämme. Ja. Von 1000 Kilometer bis darüber. Na ja, dann gibt es ja keine Bäume da drüben. Nö, ich sehe auch keine. Lass mich. Das ist mein Stamm. Ja, selten. Ja, dann nimm doch deinen Stamm. Ja. Wie, du fährst ihn an? Oh, an Re. Ich will es töten. Stammesbrüdern, die. Komm her, Re. Re, hier geblieben. Komm her. Potato hat gestern schon widerlich die ganzen Rehkitze getötet. Oh, ich habe einen Stein. Was habe ich gemacht? Was? Eine Rehkitze hast du getötet. Ich habe es genau gesehen. Ja, da ist eine Schildkröte. Die mache ich erst mal tot. Ja, da brauchen wir fürs Wasser. Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da hinten. Also für die Bami gucken könnte ich das nicht. Ist er jetzt tot? Hast du vorher animiert? Du sollst sterben. Sterben. Das ist das schlimmste Monster, was ich jemals gesehen habe. Ich schwöre. Was denn? Was machst du da mit der Schildkröte? Die muss erst mal rauskommen. Ja, die wäre da gerade draußen. Okay. Willst du eine Bambi-Handtasche haben? Na ja, hallo, Wolke. Hast du eine Bambi-Handtasche für mich? Ja, hier hat man Bambi getötet. Jetzt habe ich sie. Ja, ich mache eine Handtasche. Ich nehme die mal auseinander, will ich. Das ist meins. Den Panzer müssen wir auch aufnehmen. Den müssen wir umdrehen, damit wir Wasser sammeln können. Guck mal, ich habe einen Schildkrötenkopf hier. Oh, guck mal, die freut sich noch so. Ja, happy. I'm so happy. Ja, lecker. Jetzt müssen wir mal Feuer machen, damit wir grillen können hier. Oh, hier können wir bauen. Ja, sag ich doch. Hey, da kann man nicht bauen. Wie kommst du denn da drauf? Irgendwann ist einer, der sich hier mal ein bisschen bemüht. Ja, eben. Guck mal. Guck mal. Das Buch ist übrigens unter B, ne? Wie Bug. Wie unter Bumsenkopf. Kriegst du denn die Schildkröte tot? Ja, indem man der auf den Kopf haut. Auf den Kopf. Ja, ich bin angezogen. Hier rennt schon was rum. Hilfe. Wo, wer? Georg. Afghanistan hätte ich fast gesagt, aber das sind ja Ureinwohner. Ich brauche noch ein paar Steine. Ich glaube erst mal. Oh, ich habe einen. Den Ureinwohner hast du oder wen hast du? Nein, ich habe die Schildkröte geschlachtet. Oh. Hier, die Schild. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Liebe gemacht. Oh. Aber ich werde schon angegriffen hier. Was ist denn das? Eine Lagerfeuerwehr. Was rennst du denn auch da rum? Ey, hallo. Ich will doch hier bauen oder nicht? Wo ist denn das? Guck mal, wir können doch hier Bäume fällen. Ich habe hier oben schon Feuer gemacht. Ich denke dran, dass das auch ein bisschen eben sein muss, ne? Ihr Schnappis. Quatsch. Ich möchte eigentlich nichts mehr haben. Hier in die Leiche kannst du es haben. Hier unten sind doch Zelte. Oh. Habe ich jetzt auch getötet? Ich glaube nicht, dass er zu gut ist. Hier sind alles einheimische. Ja, ich auch. Fängt ja schon mal gut an. Machen wir alle. Da haben wir direkt schon was zu essen für heute Abend direkt. Ja, guck mal. Ich mache den mal bereit. Ja, ha, ha. Kann man sterben, wenn man mich haut, gegenwärtig? Ja, ich glaube, wenn wir Feuer ist an, ja. Achso, ich wollte ja von tot kommen von jemandem von euch. Nein, echt? Ja. Nein. Das glaube ich nicht. Das war doch gar keiner bei dir. Hier, die Ohreinwohner. Die Ohreinwohner gibt es doch hier. Ich war aber Moke und Potato. Der Ohreinwohner hatte ich bestimmt gekloppt. Wir haben gehauen. Das ist ein Baum versteckt. Die nackten Menschen. Komm jetzt her, du, Alter. Wo bist du denn der? Ja, da ist Feuer, kommst du rein. Der brennt, der brennt. Oh, da gibt es gleich Schnitzel. Guck mal. Oh, ey, das Feuer ist weg. Ein Haus, eine Hütte. Das Feuer ist weg. Ja, hab da rum gemacht. Oh ja, schönes Beintchen heute. Alter, hier gibt es lecker Bein. So. Alter, ist das brutal. Ich geh jetzt. So, hier, Blockhütte. Ja, okay, dann mach ich nochmal ein Feuer. Warte, dann müssen wir die Utensilien nochmal suchen. Oh, lecker. 82 Hölzer brauchen wir. Äh, Stämme, meine ich. Die müssen wir verbrennen, die Typen. Dann wollen wir mal wieder ein Feuer haben. Ja, guck mal, aber nicht stark. Ich kann zwei Stück auf einmal tragen. Oh, Knochen, Knochen. Knochen sammeln, Knochen sammeln, Knochen sammeln. Dankeschön. Ey, ich hab doch schon wieder so einen Olin genommen hier. Kann mir jemand mal wieder ein Lagerfeuer aufstellen dann? Ja, mach ich jetzt gleich. Ich muss mal erstmal was suchen hier. Du hast ja jetzt schon mal ein kleines Häuschen gebaut für sich alleine. Ja, ja, so eine Hundehütte. Ja. Ich muss mal pflanzen. Was soll denn da drin leben? Na, guck mal unsere Füße raus. War das so kurzes das Haus? Du bist das ja ja gewohnt, dann. Geh mir damit aus. Die retten keinen, das ist normal. Sie sagen immer, ja. Na, alle ohne Turntiere. Wo denn, wer denn? Achso, ja, stimmt. Wir hätten doch Konki retten können. Ja, hätte, hätte, Fahrwerk hätte. Ja, aber wenn du ja auch nichts sagst. Ich hab doch gar gefragt. Ich hab doch gar gefragt, Konki, wo bist du? Ich hab gesagt, ich bin tot. Ja, wenn du tot bist, bist du tot. Es gibt noch ein bestimmtes Zeitfeld, ob jemand dich retten können, glaube ich. Achso. Ach, guck mal, ich bin ein Alkohol, genau. Ach, komm mal. Willkommen. Brauchen wir Hölzer? Ja, 82 Stück. Was? Was baust du denn da für eine Hütte? Ja, wir müssen doch alle da reinpassen. Da passen niemals alle rein. Da müsstest du doch ein großes vorbauen. Ja, mach ich doch da erst mal. Erst mal müssen wir mal gucken, dass wir schlafen können. Eine Grundhütte, okay. Was? Das war's schon? Guck mal. Baumstämme, 79 Baumstämme noch. Also, gib mal ein bisschen Gas. Ja. Also, du bist ja schlimmer als mein Chef, weißt du das? Ja. Na ja, ich war der Chef von deinem Chef, das Video. Vorsicht, Baumfelsch. Ja, hab ich gesehen. Ja, ich muss die Arbeit und wird... Und? Ja, Vermeldung, guck mal, da unten sind auch noch Stämme. Ich dachte, den Potato klau ich mir eine Stämme jetzt hier. Ja, hab ich doch. Ja. Fällt mir hier ab, nix. Mir fällt nix ab hier. Guck mal, das schwebt in der Luft. Hackey, 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 Hackey. Oh, hier ist doch eine Höhle, ne? Deswegen sind ja so viele außer Frieden. Guck mal hier, wo ich stehe. Da ist hier eine Höhle. Ich habe gesagt, das ist nicht so gut, wenn wir hier bauen, aber nein. Nein, Hotel, du weißt auch hier. Ihr habt doch gesagt, nein, ist gut. Ja, der Konki war das. Der Konki. Ich habe gesagt, wir bauen hier oben. Nein, und du wirst runter. Und bei Twitter, komm, da hast du ein Office-Center. Dann gehe ich ein. Was? Der Konki hat nur gesagt, ich bin tot. Ja, das ist das Einzige, was ich auch gehört habe. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Ich sterbe schon wieder. Schon wieder bin ich tot, kaum angefangen. Irgendjemand hat mich erschlagen, genau. Ich hoffe, ich bin jetzt wohl mit euch. Ich freue sie ja auch nicht. Weil du hast ein bestimmtes Grundbedarfnis. Das machen wir alles, Natur und Tiere. Wir müssen erst mal ein Lager bauen, schon mal zum Speichern. Ich komme, ich bin He-Man. Der Wolf spielt das immer auf der Playstation. Der ist da schon ganz schön weit gekommen. Oh, nice. It's the forest, yep. Und hi, Wolf. Ja, das ist auch, das ist auch Natur. Ich habe keine Ausdauer mehr. Guck mal, wie oft wir aber noch rennen müssen. Was ist das denn für ein Kack? Ja, hallo, ohne... Er muss es. ...ohne Fleiß, kein Preis. Haben Sie denn die Ketten hier gebaut? Haben Sie die Hütte am weitesten weggebaut von allen Bäumen, die es gibt? Ja. Danke. Ich habe mal meine Mücke geschleppt, aber nein. Das habt ihr Muckel gemacht. Die Muckel war es. Ja, dann lassen wir die Muckel nachher auch alleine in ihrer Hütte da oben. Oh nein, da kommen schon wieder die Zwillinge. Zwillinge, komm. Ja. Hilfe. Werden Kessler-Zwillinge? Ja, ja, nackig sind die auch noch. Oh, es wird langsam dunkel. Ja, toll. Deswegen brauchen wir mal ein Feuerchen hier auch. Ja, so kleiner, nackig da hin. Guck mal, die Muckel haben. Tapfer. Ich bin ganz wuschig. Hi, Muckel. Wo ich das für den Kursum geschrieben habe, nee, bin ich geliebt. Ich werde dir da abgelenkt von Leuten hier reden. Der haut doch ab, der hat doch auch Muckel. Ja, freilich, hinter dir kommt auch noch einer. Oh, ich kann das ein Wuschel. Okay, pass auf, hinter dir ist wieder so ein Nackedei. Ja, kenne ich. Oh, was? Ja, ein bisschen anmachen. Zack, ja. Was macht ihr denn da? Ach, hab das Feuer jetzt mal endlich an. Ja, freilich. Oh, danke. Wir müssen ein Trockengestell für Fleisch haben und so. Warte mal, wie geht das denn? Danke, Anja, für den lieben Text. Hallo, Anja, knüpft dich. Ja, hallo. Hallo. Trockengestell. Das stellen wir mal hier hin. Warte mal. Ja. Ja. Ja, bei mir ist auch so einiges drauf. Hallo. Oh, guck mal, da. Trockengestell. Gucke mal. Ja, mach ich ja. Ich helfe dir mal, ne? Zack, ja. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Fleisch trocken. Nehmen wir mal das Fleisch hier. Wir könnten das eigentlich auch grillen, ne? Ja, guck mal, danke mal. Schön abhängen. Man kann das auch abhängen. Ja. Was nennt man dann Trockenfleisch? Ich hab ja mal so einen Arm und den Fuß angehangen. Ey, da kommt ein Vogel. Ey, da ist hier mit unserem Haus drin von den Nackemelnauen. Ey, was? Ja. Ey, raus. Wo ist er denn? Hallo? Kann ich mir nicht irgendwas herstellen hier? Reinig's auch rum. Es ist nachts. Inventar. Ein Stück Fleisch ist noch einer. Jetzt verbrennt das gleich. Wo rennt er denn hier rum? Da ist er. Was? Der rennt hier rum. Geh weg. Ich hab ja kein Holz mehr. Ich hab jetzt das Feuer ausgemacht. Was? Nein, Muckl, mach das wieder an. Oh mein Gott. Ey, ich bin gleich tot, glaub ich. Ich hab einen Zahn gefangen. Scheiße. Ey, was? Jetzt seh ich nix mehr hier. Was ist denn jetzt los? Ey, Muckl hat das Feuer ausgemacht. Jetzt haben wir nix mehr für Feuer machen. No. Mann, ey. Oh, Mann. Oh, Kacke. Das ist ja echt Kacke. Jetzt machen wir mal die Feuerzeug an. Guck mal hier. Oh, nice. Sammel sieben Blätter. Ja, schön, dass du die weggemacht hast. Ich hab'n kleinen Stein. Großleich. Boah, dass du'n kleinen Stein hast. Das freut mich. Ja, hab'n doch da gemacht. Ist ja alles gut. Ja, bis du's wieder wegmachst gleich. Nein, ich geh da nicht. Du kannst da wieder reinschlagen, genau. Oh. Hier ist der Tote. Ach nein, jetzt fängt's an zu regnen. Dann frieren wir gleich. Oh, du brennst. Oh, ja. Ja, und noch einer. Guck mal, ein dickes Stück Fleisch hier. Oh, lecker. Guck mal, wie das... Oh. Oh, ja, feinstes Fleisch. Ja, weil, den müssen wir abbrennen lassen und dann haben wir die Knochen von dem. Ja. Esse schon mal. Kannst du Rüstung ausmachen und Speere und sowas. Erstmal satt. Na, könnt ihr essen. Wer noch Hunger hat, ja, mit E. Nee, bevor die jetzt Knochen sind. Wo habt ihr denn die Schildkultenpanzer hingepackt? Äh, die hab ich noch im Inventar. Warte mal, die muss ich mal hinlegen, ja? Da müsstet ihr so ein Ding bauen, ne? Ja, die kannst du auch im Boden legen. Warte mal. Inventar. Brauch ich den einfach nur da rein, oder was? Hä? Wo ist denn der? Der ist weg. Ja, da sind doch nur noch Knochen übrig. Wir haben schon gegessen davon. Nee, nee, nee. Nein, ich meine hier mein Schildkultenpanzer. Ach so. Nee, den hab ich doch eingepackt. Was? Zieh mich mal um. Ja. Das ist doch voll. Mir wird kalt. Oh. So, wie schmeiß ich den denn jetzt da drauf? Einfach draufschmeißen. Mit G. Mit E? Mit G. Wie Gustav. Ja, so. Ähm, ich bräuchte mal was zu trinken. Warte mal. So. Ich hab noch einen Soda. Oh, lecker Soda. Ja, hab ich. Ach so, warte mal. Ich muss die Schildkröte hier. Nee, den Panzer. Doch, da oben ist er. So. Lass ihn mal hier fallen. Dann gibt's dir vielleicht Wasser. Ah, ich glaub, wir müssen so ein Ding bauen dafür. Nee, die kannst du auch so da hinstellen. Das geht auch. Okay, irgendwie ist sie weg. Nö, das ist weg. Den kann ich nicht einfach so hinlegen hier. Ich brauch das Gestell dafür. Vier kleine Stöcke und einen Panzer. Ja, dann. Hast du vier kleine Stöcke und dann mach mal hier hinten irgendwo hin. Oh, mir ist kalt. Ich muss zurückkommen. Okay. Hab ich ihn jetzt vergessen. Ah! Pass auf. Pass auf. Pass auf. Der ist da. Er hat immer schön ins Feuer schlagen, genau. Finde ich total geil. So, hallo. Da bin ich wieder. Oh, mir ist kalt. Geh weg da. Boah, da kommt die schon wieder. Ruckel klärt. Wie bei Hand. Nein, wir müssen... Ich brauch noch mehr Knochen. Ich hab gar keine Stöcke hier. Was sind das? Wir brauchen noch Knochen. Ich hab ihn. Hat jemand Stöcke? Dann können wir das Ding mal bauen hier. Ja, zwei sind drunter. Toll. Mehr hab ich nicht. Hat ja mal keiner Stöcke gesammelt? Ja, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Das ist doch was. Wir können auch nicht speichern, ne? Erst wenn die Hütte fertig ist. Ja. Deswegen sterben wir aber nicht. Ja. Ja. Wie der Konki. Konki hat das schon mal das Zeitliche gesegnet. Ist er überhaupt noch da? Konki? Ja, schon mal auf Achse, glaub ich. Fertig gebaut. Ja. Woanders schon eine ganze Stadt gebaut immer. Ja. Ich krieg ja auch keine Dings raus. Ich krieg ja auch keine Dings raus irgendwie. Das Mikrofon war aus. Ne, wir kriegen ja keine Stöcke. Da sind keine kleinen Bäumchen. Ach, Blätter gesammelt. Und mir ist kalt. Machen wir ans Feuer. Hauptsache ich finde hier Geld. Ja, damit kannst du ja zumindest das Feuer anheizen. Ja. Ich komme. Muss man ja auch, kann man auch hier, muss man ja auch hinkackern? Ja, am Freien. Weil ich möchte keinen Darmverstoß kriegen. Ja gut. Nur ins Feuer. Reinkackern. Mhm. Okay. So, ich hab schon mal einen Stöcker gefunden hier. Hm, das ist schön. Ja. Oh. Die zwei fette Stämme auch noch. Ja, danke. Und ich hänge, ich seh ja nix. Es ist dunkel hier. Ja, warum? Bei YouTube sehen sie wahrscheinlich gar nix mehr, sobald ich das hochlade. Ja, guck mal, was ich hab. Guck mal, was ich hab. Ha, 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 ha. Doch, ich renne ja hier mit dem Feuerzeug rum. Ich hab ne Schädelbombe hier. Guck mal hier. Was? Eine Schädelachse hier. Oh, nice. Ich möchte auch mal was bauen, jo. Ups, sorry. Ich baue nix. Ich sterb. Oh, guck mal. Ich hab noch ne Hand. Guck mal, ich hab noch ne Hand gegrillt. Guck mal hier. Guck mal. Lecker Hand. Und einen Fuß hab ich auch noch. Hm. Oh, lecker. Ich hab auch noch was. Guck mal hier. Guck mal. Hey, wer hat das Feuer wieder ausgemacht? Ich hab nichts gemacht. Von alleine geht das auch aus. Das geht von alleine auch aus. Ihr müsst den, das ja auch Blätter drauf. Ne, du hast das kaputt gemacht. Ich hab das gar nicht kaputt gemacht. Wir sollten aber mal ein Lagerfeuer mit Steinen drum machen. Ja. Ma, wie lege ich denn das Fleisch da drauf? Da brennt ihr. Oh, mir ist mal. Ja, da fackelt wieder einer. Oh, schön. Der macht hier hell. Guck mal. Oh. Guck mal, warum. Ich brauch mal gar keine Freunde, ich hab euch. Oh, ja, ja, da brauchst du nicht mehr. Ich hab gar keine kleinen Stöcker mehr, das ist total kacke. Haben wir dir aber gesagt. Was habt ihr mir gar nicht gesagt? Ich hab schon genug Steine hier. Ey, ich suche jetzt hier, wo sind die Waffen hier? Wo habt ihr die gefunden? Ihr Schnackers. Die musst du machen bei ihr. Ja, Mucke, aber ich muss doch wissen, wie die gehen. Ja, da musst du gucken, also ich hab jetzt da Dinge hier, äh, die, die, die Knochenkeule hab ich gemacht mit einem Stock und einem Schädel. Ja, und wie hast du es rausbekommen? Einfach so. Wie rausbekommen? Ja. Ja, wie das Rezept ist. Ja, das musst du kombinieren. Ja, aber du musst ja wissen, was, du musst alles kombinieren und kannst die Rezepte müssen doch im Buch stehen. Ich brenne auch. Ich brenne auch. Ja, aber steht nicht. Nee, du musst du ausprobieren. Im Buch steht nur Lagerung, Essen, Lagerfeuer, Grundlagen, Stützer, Holzbank, Möbel und so was. Ich brauche mir besser das Lagerfeuer, äh, Kinderlagerfeuer, gib mir auf den Sack. Oh, mir ist kalt. Ich sehe hier nichts, hier ist alles dunkel. Mach mich warm. Was, wie, warum? Potato muss er machen. Nö. Ich denke, nö. Keine Zeit dafür. Oh. Verbrenn mal die Kohle hier. So. Bisschen Geld rein. Nochmal. Guck mal, wie schön hell das brennt, dass die Kohle immer. Was rein, was? Oh. Ah. Ich habe gebrannt. Er rennt denn da durch die Gegend immer. Papa. Oh Mann, ey. Der Baum fällt gleich oben. Oh, Potato ist absolut tief. Ich habe gedacht, ich helfe dir mal da. Dankeschön. Das einsames Manneken hier. Ja. Tschüss, Baum. Tschüss. Wieso bleibt das denn so lange dunkel hier? Weiß ich nicht. Gab es da noch drei Stücke? Ja. Was ist das für ein Kack? Das ist ein Dreistammbaum. Ja. Oh, mir wird schon wieder kalt. Ja, muss nochmal arbeiten. Ah, danke schön, Natur und Tiere. Vielen Dank. Jetzt weiß ich Bescheid. Wenigstens mal einer, der ihr Plan hat von euch. Was denn? Was denn? Ah, lass mich in Ruhe. Ich würde euch rechnen. Ah, ich habe mich immer noch verbrannt. Au, 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 au. 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 Mit Angst zeigt, was du mit dem Gegenstand hast. Ja. Ja. Oh, das Wasser. Oh. Heiß. Was für heißer Poppes. Hat richtig geschmurzelt. Ich sehe uns morgens früh alle tot. Ja, sowieso. Uh. Ich habe schon mal getrunken. Oh, lecker. Ja, schön. Leck. Wir müssen unbedingt das Ding fertig kriegen jetzt den nächsten Tag. Ja. Weil es dauert die Tage ja eh, äh, die Nächte ewig. Können wir nicht. Hacke ist doch das. Ja. Machen wir dir mal lieber Licht an. Ja, wir meinen das. Ich muss mal gucken. Weiß ich nicht. Mit L, wie leid. Ich bin Licht. Sag das doch mal. Danke. Hab ich doch. Ah, na, 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 na. Kann ich dir eben was schönes denn sammeln? Äh, warum packt der den Baum nicht? Wäre ja ganz doof. Weil dein Haustau bestimmt weg ist. Nee, der hat ja, aber... Der Baum hängt auch ganz doof an der Klippe. Ja. Ah, jetzt. Ich hatte das Game... Was würde das Bett kosten? Okay. Mit Betratze. Ach, ich bin am Ende. Guck mal. Was für ein Schlaffi. Ja, das ist ja klar. Das ist ja... Also, bei... Du ja... Waaah! Baumfeld vielleicht auch nicht. Ach, guck mal. Guck mal, Koffer habe ich gefunden. Eine jetzt. Oh, hier war schon einer von den... Was kann denn so wenig tragen hier? Ich komme mal mit ein paar Stimmen. Hallo. Hallo. Oh, es wird hell. Gott sei Dank. Was schreit hier so komisch? Hm? Ist das gut? Ich weiß halt nicht, wo du bist, aber hier schreit keiner. Ja, schon. Wo sind denn jetzt die Baumstämme hier geblieben? Ich glaube, ich habe hier mitgenommen. Oh, ne, da unten. Guck mal. Oh, ne, da unten. Man kann sich auch so Karren bauen, glaube ich, ne? Ja. Man kann so mehrere Baumstämme da reinlegen. Ja, genau. Hallo, stelle ich mal nicht so an mit zwei so Baumstämme auf die Schulter. Hallo? Stimmt der mit dir nicht? Alter, wie viele Baumstämme, oh Gott. 21 kleine Dinger. Was? 21 was? Kleine Stöcker. Was hast du halt mit Landi mal gespielt? Was ist mit Landi überhaupt geliebt überhaupt noch? Wer? Landgamer, ein jähriger, früher auch YouTuber-Kollege, der sich zwischen, ich sag mal ganz froh, die abgesundern das hat. Wow. Ja. Mit dir nichts mehr zu tun haben. Landi, der streamt auf Twitch, soweit ich weiß. Ja, auf Twitch. Ich will ja nicht lästern wieder. Das Thema ist immer, wenn Leute nach Twitch wechseln, kennen sie ja nicht mehr. Ganz komisch. Ne. Ach so. Das ist ganz komisch, eh so. Ja, ja. Ganz merkwürdig. Ich habe das früher ja auch auf Twitch und YouTube gleichzeitig gestreamt. Das ist ein Krokodil, ein Krokodil. Hä, wo bist du denn? In der Kanalisation oder was? Ja, eins. Sonius, dreh dich mal um. Wer steht denn da? Potato, dreh dich mal um. Dreh dich mal mit einem 90. Da, guck mal nach unten. Ja, macht doch nichts. Will er nur kuscheln. Ich hack den Baum hier weiter. Krokodile, sag mal. Das ist doch keine Krokodile, sag mal. Das ist ein Kerl. Der schnappt. Ja, Freide, schnappt das, das ist ein Krokodil. Wo ist denn der andere Baumstab, hallo? Aber es wird ja noch kuscheln. Dann gehört jetzt schon Hypes, obwohl gar keine Stars da sind. Ja, Freide, ich weiß es genau. Wir sollen mal eine Yacht suchen. Ich habe einen Krokodil getötet. Ich bin's. Jetzt brauchen wir erstmal ein Lager. Wir brauchen erstmal das Haus fertig hier, dass wir endlich mal die Nächte überspringen können. Was denn? Ich habe einen Krokodil getötet, hallo. Ich bin Held. Mit zwei Bissen können wir dich töten. Bring das Fleisch mit, ja. Ja, tut er. Ja, genau. Bring mal die Haut mit, da können wir uns einen Krokodilsledermantel bauen. Können wir einen Kodummel rausmachen. Oh, der ist noch ein Krokodil. Guck mal, die Animation von dem Vieh haben sie schon gar gemacht. Nein! Ah! Ich habe keine Energie mehr. Hackes! Ah, du Schreino. Das ist ein Pay-to-Win-Spiel. Du musst Energie kaufen. Ja, ich glaube auch. Ja, hier auf dem Button. Wenn du den YouTube-Button musst du drücken, kriegst du Energie. Oh, ich nehme es auseinander. Ja! Oh! Ich bin ein Krokodil. Jetzt wirst du doch. Ja, jetzt muss ich aber auch nicht weichen. War ja nicht irgendwo in der Nähe ein See? Der MG? Ein See! Ach so, ein See. Ich muss Potato fragen, der schifft ja immer rein. Was? Waschi machen. Oh, das geht aber gut. Ich will auch nur den Krokodilskopf hier verbrennen. Ja. Ja, ich habe den Krokodilskopf da immer hingelegt. Aber ich... Hä? Das kannst du nicht verbrennen, glaube ich. Das ist eine Trophäe. Ja. Ich bin auf dich, Kacke. Das war das große Lagerfeuer. Ah, ich brenne schon wieder. Oh, au. Uh! Ah! Oh! Da brennen alle hier. Hilfe! Ah! Ich habe wundern, keine Haare am Kopf. Und alle weg, ja! Ja, das Problem habe ich auch. Ja, ich habe einen Lagerfeuer mit Stein gemacht. Hm. Sehr gut. Toll. Ja. Der brennt mir besser. Super. Ich habe jetzt mal Fleisch draufgelegt. Ah, okay. Nur hier, mach doch mal hier. Alter, das wird im Leben nicht fertig hier in dir. Hallo? Das Hausstil ist die Erdeerwerbung. Äh, die große... Oh. Jibbi. Oh, der Konki. Warum kann man die nicht einladen? Kannst du zwei Stämme tragen? Ja, ich habe da eine dünne Ärmchen. Das ist eigentlich schon übertrieben hier, aber okay. Ja. Meine Ausdauer ist down. Haki, Haki, Böinten hacken. Haki. Jetzt geht es wieder ab. Gibt die Muckel noch, oder ist die schon mit den Komponieren spüren? Keine Ahnung, wo die hin ist. Ist, glaube ich, aus dem Discord. Was? Nein. Ja, ist gegangen. Wie macht sich einen Kaffee ohne uns? Hm. Ja, ha. Ich will auch Kaffee. Oh, ein Vogel. Oh, toll. Ein Vogel freut sie sich. Ja. Ich kenn mir einen Kogodil. Oh, ein Vogel. Baum fällt. Ein Vogel hat ein kleines Wünnchen. Hier ist gar nicht mein Baum. Ich muss noch weiterhacken. Ich muss erst mal wieder Energie haben. So ein Kack. Mein Baum will nicht fallen. Ich muss mal so einen Schokoriegel essen oder so. Ach, habe ich gar keinen mehr. Was ist das denn? So, doch, jetzt fährt man Baum. Vorsicht. Komm, Jo, Baum. Ja, ja, schön, danke. Bitte. Wieso zieh mir nicht in die Zelte da ein? Warte, ne Limo gibt 100% Energie? Was? Echt? Ja, ja, stellt links her. Ja, ja. Kann ich mir eigentlich nicht immer haben? Lauf, lauf. Da kommen sie schon wieder. Ja. Die nackten Menschen. Essen sehe ich da. Essen kommt da angelaufen. Hm. Richtig. Also, viel fehlt jetzt nicht mehr. Da kommen sie, da kommen sie. Da unten, da. Ich laufe sie zu. Das ist einfach ein Baumsturm auf sie drauffallen. Guck mal, die hat einen Speer in der Hand oder so. Ja, was macht die da? Wie lege ich denn das Fleisch da drauf? Äh, das musst du aussuchen oder dann mit C? Kann ich jetzt hier noch was bauen? Oh, guck mal, wie lange das dauert, Alter. Ich glaube, ich werde Zahnarzt. Das zählt doch mal an, ne? Ja. Oh, 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 oh. Hier ist eine Höhle. Baut Vogelhäuser, das gibt Federn. Ja, für Bogen und so, ne? Könnten wir unbedingt tun. Für Bogen. Aber mit der Mannschaft hier, Natur und Tiere kannst du das sowieso vergessen. Ja, wir können ja auch nicht alles auf einmal bauen. Du musst ja erst mal tun, dass wir eins am anderen fertig. Warum denn nicht? Ach, ja genau, Muckel, warum? Weil ihr ja nur Dummzeug macht hier. Ich meine kein Dummzeug. Wir sind realistisch. Wir wollen mal und so. Ja, echt mal, was ist denn das? Ja, weil... Ja, ich bin schon die ganze Zeit hier am Bauen. Hier, die Karre für Holz. Ja, ja. Da sehe ich, sehe ich, genau. Eine Platthaufenfalle. Was guckst du denn hier schon wieder rum? Sag mal, ich mach... Geh doch weg. Hallo. Hier lacht jemand. Ich hab nur Soda. So funktioniert das Ding. Falls die Dinger... Ah, falls die dann kommen. Das ist ja nice. Dafür habe ich jetzt 50 Blätter ausgegeben. Sehr schön. Sauber machst du das. Toll. Ja, ja. So, komm, noch 10 Dinger hier. Dann haben wir das Haus fertig. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich hol doch schon wieder Holz da hier. Guck mal. Jetzt mal ein bisschen hier... Oder noch ums? Genau, macht endlich mal was hier. Kann doch nicht sein. Wo war ich denn jetzt gerade? Der Baum da. Da liegen noch ein paar Steppen rum jetzt hier. Guck mal, Proteto an. Wie der Flitz. Ja, guck mal, nur... Ich laufe nur rum. Ich trinke Alkohol immer. Du hast Doast. Finde saubere Wasser zum Trinken. Ja, ich habe Doast. Sag, mach mal was. Ja, es regnet gerade nicht. Es müsste runter in Achin. Ja, da ist ja bestimmt noch ein Soda drin. Ja, genau. Ich habe Feuerzeug, ich habe Pornohäfte. Aber klar. Dass du Pornohäfte hast, das war uns klar. Das ist jetzt unser Schäfer. Ich habe Schäfer. Ich habe Schäfer. Ich habe Schäfer. Ich habe mir fertig gebaut. Wer fängt immer das an, macht sie nichts fertig. Das war mir die ganzen Bäume gefällig. Ja, da hat komisch Ding da. Jemand hat sich in den Schlitten gestellt. Ein Schlitten. Ja, cool. Hast du fertig gemacht? AAAAAAH! Bokadir! So, dann. Da gehören auch keine Steine rein. nicht okay kommt die steine da raus jetzt nicht ja aber uns essen besorgt es gibt heute wieder fußes und entchen und köpfer ich bin schon fertig wir müssen wir jetzt erst mal ablegen hast du mich jetzt gehauen ich hab dich nicht gehauen ich habe das krokodil zerlegt oder wie meinst du wieso kann man eigentlich nicht vorhanden zelt hier benutzen das doch gewohnt von zu hause ja das ist ein wagen damit macht man das macht man den dings rein ich nehme steine raus du kleiner stein baby spazieren ja die baum stämmchen was ist hier wir müssen mehr von diesen von diesen schildkulten die er machen was ist denn hier mit dem baum ist er aus metall oder war es ist wie gekrabbelt in die hütte rein oder wo der ist dran vorbeigelaufen gerade habe ich gesehen hinter stein was ist das für ein holz mit dem wagen kannst baumstämme stöcker und steine transportieren ach guck mal steine auch ja 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 ich kenne mal da drin ja ich kenne mal da drin ne kommt jetzt noch einer von euch ein schildkrötenpanzer hier waren doch vorhin tausend stück haben da die verbummelt oder die war giftig das sind die giftigen hier ja wirklich nicht giftig aber die gut kommen wir filtern aber warum geht das jetzt hier nicht so ist das ein bug oder was fertig ich bin fertig kann man die tür aufmachen ich kann speichern ich habe gespeichert oder habe ich nicht jetzt habe ich gespeichert ich habe für mich gespeichert okay wo willst du mit dem baumstamm hin hinter dir du hallo ich noch mehr baumstamm betragen du hast nur kein baumstamm da mehr doch in der menge macht mir mal augen auf das ist abgefackelt das stück fleisch hier liegt noch mehr rum jetzt muss ich bestimmt brechen wenn du zu viele tiere tötet können die nach einer weile in dem gebiet ausgerottet werden ja das stimmt wie mache ich denn die tür auf warum lese ich eigentlich die ganze zeit potato chat beantworte die hier fragen wie mache ich denn die tür auf vom haus ich habe gar nicht mehr aufzubrennen aber jetzt ist das fleisch aber wchte ich auch gar nicht einfach durchlosen ja da kann man durchgehen wenn du jetzt weg ist sagt man ja wieder einfach da gibt es noch gar nicht Ich hab gespeichert, Emma hat viel getrunken. Ich hab auch gespeichert. Mal einfach durchlaufen. Oh, ich hör sie. Kommen sie schon wieder. Ich brauch mal so kleine Hölzer für nen Sperr. Aber erstmal muss ich jetzt was essen hier. Geh doch weg du! Wer was essen möchte auf dem Feuerstelle, da liegt was. Kann ich die eigentlich auch nur runternehmen, die Fleischstücke oder? Wir können das nur essen, ne? Hier ist Essen fertig! Hallo! Ja! Wo sind die denn alle? Guck mal, verbrennt gleich alles hier. Kann man das auch nicht irgendwie runternehmen? Guck mal! Der hat schon wieder einen angeschleppter, guck mal! Komm mal auf, ich bring auch schon wieder was mit. Guck mal! Wie auf mein Ohr! Hey, wer ist das? Wenn ihr irgendwo noch Schildkröte seht, seht, mitbringen. Bitte! Ja! Ich hab noch keine gesehen leider. Am Wasser sind die meistens, ne? Ja!